und wenn man nach links an den 31ern auch da machen dafür dass er mich Prozent extra gekillt hat und dann ist eine Idee gebootet hat die Karte war die Spurzüge unterwegs gut gut was auch gleich ein Gas Sonnen der einreiziger warum das ein künstler kann ich gleich mal so ein Messer nehmen und ein Loch in der Bauschnitzel mit ihm er ich sehe die Sicht ist echt maler Problem ist halt können wir zusammen Achterbahn fahren bitte hier lag Daniel Lass uns zusammen Achterbahn fahren ja gleich wir müssen noch ein anderes holen ich will Achterbahn fahren machen einfach Hello ich will Achterbahn fahren komm hopp jetzt achterbahn fahren jetzt warte da die Achterbahn fahren ich muss auf vor Achterbahn fahren ich muss auf vorn fahren ich muss darauf achten dass vorn nicht kommt ich hab meine Rache an den Beinen bekommen du bist Frank Sabotier ist mir egal ich hab meine Rache ihr werdet ihr werdet dich bei der Zeit nicht sehen nein wir platzen wieder raus echt wir platzen raus cool ich glaube ja aber ich hab's noch nie erlebt ich hab's auch noch nie ausgetaßt aber so ich bin ja noch nicht mehr da drin gestorben schon deswegen keine Ahnung ich hab jetzt auch erklärt warum ich Xan fressen wollte den 31er da unten bei der Bude aber der kann ja sogar die ganze Lobby Achterbahn fahren ja cool wuuuuhu ich sag es Xan hatte jetzt mich halt gekillt ok sie war doch kein Pelikan also ich hab gedacht der Pelikan wird gefressen haben und ich dachte Rose wäre der Pelikan weil sie mir so komisch hintergelaufen ist zuerst ich glaube viel mehr dass du grad einfach getötet hast äh mit ein also eigentlich ein Drive-By-Kill weil du erst noch weiter gerannt bist ich bin erst nach links gelaufen ich bin von rechts bis du gesehen hast dass ich von oben komme und dann bist du umgedreht und ähm ne ne ich wollte mich wirklich reporten ich bin nur momentan auf Tastatur das hab ich ja sonst nicht deswegen kann ich nicht sofort reporten dann muss ich das erst anklüste nein die Ehre-Taste muss erst oben rechts anklicken der ist halt wirklich Kontrollerspieler leider da kann ich ihn halt verteidigen Maxi ist auch noch nicht lange tot Maxi habe ich gerade ein paar Meter weiter links noch gesehen gehabt sie muss auch keine immer so tot okay ja die hab ich da noch ein bisschen weiter links liegen sehen der kann ich ja beide nicht gesündet haben vielleicht war's gut da vorne ne du hast du hast Rose getötet Xan war Lover mit irgendwem keine Ahnung wahrscheinlich mit Rose ne auf jeden Fall Dragon und Maxi wären wahrscheinlich gefressen worden wer war noch da Liby könnte Pelikan sein warte mal Maxi lag doch noch irgendwo wie dort die Xan wurde gefressen ne Maxi hab ich einfach gesehen der will Skin hab ich Maxi ich hab Maxi am Anfang gesehen ja aber Maxi lag da ja eigentlich eigentlich grad bitte? ja und vorhin lag da noch Smaxi rum wie dort die Xan wurde gefressen nein nicht Ente ich hab sie lebend gesehen ach du hast sie lebend gesehen aha du gehst immer auf mich du bist Pelikan? ja natürlich du bist Pelikan? äh nein bin ich nicht ich hab Korn gerotet what the fuck ich war Kanadier ja brauchst du mich verdächtig die war gut ey du hast einfach getötet sehr problematisch bitte nicht, aber nur ich hab mir die Stimme ach nnnnnnnnn bestimmt ich Du bist nicht tot. Du kannst nicht tot. Ich hab gesagt nicht. Das Wort N-I-C-H-T. 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 Du kannst nicht. Hier ist es. Alter, bin ich fett. Alter. Ich bin mal gespannt, ob das Match böse war oder so. Das könnte auch jetzt hier sein. Ja, komm, ich töte aber, Lüppi. Dir gönne ich dich den Sieg. Mir? Nee, Lüppi. Also der hat gesagt, ich bin nicht böse. Oh, nee. Ich hab auch noch ihr Geld bekommen. Nee, du musst es meins bekommen haben. Doch, er hat halt das Geldgeräusch bekommen. Didi? Didi? Didi?